so herzlich willkommen zu einer neuen folge mit mir dem killer teddy in omsi 2 auf der wunderschönen karte glattweg version 2016 ich wollte mit euch mal wieder die altbekannte linie 188 vom moviepark in stadtinnere fahren nach oberhof nachdem ich ihm unterbrechen musste nach einer störung dachte ich fange jetzt noch mal neu an und ja also ich fahre den bus der in dem glattweg paket mit dabei ist als gelenk version deswegen ist er jetzt übrigens auch schon aufgerüstet weil ich hatte eben in dem video davor aufgerüstet und stehe soweit hier auch schon parat dass ich eigentlich losfahren könnte vier minuten zeit habe ich noch ich weiß nicht wie voll ist das an der haltestelle ich stehe natürlich genau so da dass ich nichts sehe ich fahre mal ran ja ich fahre mal noch mit maussteuerung weil die tastatur richtig hinlegen wir haben es im bus wohl temperierte 18 grad eben zumindest gehabt und draußen haben wir ein grad weil ich fahre mit real wetter hamburg weil ich habe nichts was in glattwegs nähe wäre ja das sind übrigens die automatischen zahlstellen wo die fahrgäste selbst mit dieser e karte zahlen können und das wird mir auf dem linken monitor da dann auch angezeigt also insofern eigentlich schon ganz nett alles so ich gucke jetzt mal neunzehn grad im bus immer noch ein grad draußen ist sich vor rostig ja ansonsten habe ich erstmal nicht wirklich viel zu sagen außer dass ich irgendwie noch tierisch müde bin ich habe die nacht schlecht geschlafen davon mal abgesehen dass ich erst so gegen drei ins bett gegangen bin heute früh und dafür jetzt schon wieder vor dem fernseher vom pc hocke und dann noch nicht mal einen kaffee gekriegt habe bzw ich den kaffee verschlafen habe weil ich wieder eingepennt bin die haben mir das frühstück freundlicherweise hingestellt wenn ich wieder eingepennt haben sie es eine halbe dreiviertel stunde später wieder abgeräumt kommentarlos abgeräumt sollte ich vielleicht sagen weil für die die es noch nicht wissen ich wohne ja in einem pflegeheim wegen meiner krankheit bin ich auch querschnittsgelähmt und finde keinen wohngerechten raum für mich deswegen bin ich halt in dem pflegeheim untergekommen hier halten und pflegeheim und aus brandschutzgründen muss ich auch im erdgeschoss wohnen allerdings ist im erdgeschoss auch die dementenstation also wenn ihr mal was schreien hört oder sowas im hintergrund nicht wundern das sind die alten verwirrten leute ja soviel zu mir ich glaube einsteigen will keiner mehr dann kann ich mal sogar allmählich mich zum abfahrt hinbegeben hinbegeben gott bin ich den bus schon länger nicht mehr gefahren soviel eigentlich hat er automatische stellenansage wenn ich gesagt hätte man muss natürlich auch sagen ziel haltestelle erreicht also start haltestelle erreicht so das geht ja gut los ja ich weiß nicht mal wie ganz ein bisschen die vorworte genommen ein bisschen Die Haltestelle ist echt mies gemacht. Moin Moin. Moin. Wie, keiner will ne. Aber man muss wirklich rein fahren und bis ganz ran fahren. Wo ist meine CPU denn so ausgelastet? Wo ist meine CPU denn so ausgelastet? Okay. Tag sagen könnt ihr auch nicht. Unfreundliche Fahrgäste habe ich mal wieder im Bestiel. Moin. Hallo Busfahrer. Huh? Hoppala. So und weiter gehts. Huh? Hallo. Hi. Da will keiner mehr raus. Das finde ich blöd. Die Tür geht alleine auf. Und das ist ja nicht so. Aber nicht von alleine wieder zu. Läuft. Ich bin auf der Vorfahrtsstraße aber okay. Nicht der Halt. Maschine aus Zwecke. Boah ist der am Rechnen hier gerade. So viel zu schnell wollte ich jetzt auch nicht fahren. Hallo. Ich erkenne einmal 3 Stufe A bitte. Wie warm haben wir das eigentlich? Wohl temperierte 18 Grad im Bus. So dann kann ich das jetzt mal ein bisschen langsamer angehen lassen. Ich bin eine Minute zu früh. Nächste Haltestelle. Schultenbrücke. Schultenbrücke. Das hasse ich an diesem KI Verkehr. Dass der nicht mal ein bisschen abbremsen kann. So musste ich jetzt hinten doch über den Bürgersteig. Jetzt verstehe ich nicht. Ich spiele mit 60 Frames. Und jetzt ist tierisch am Längen. Schultenbrücke. 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 Ich bin hier. Schultenbrücke. Ich spiele mit 1. Schultenbrücke. Ich habe eine überraschrift. Es kann sein, dass ich gerade falsch gefahren bin. Ja, ich bin gerade falsch gefahren, ich bin davon, wo falsch abgewogen kann er sein. Dann werde ich hier wohl mal wenden müssen. Ja, ich bin gerade falsch gefahren. 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 Wie peinlich. Ich bin gerade falsch gefahren. 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 Ich bin eigentlich ausgeprummert. Oh, da wird keiner. Das wäre klar, dass ich hier rot kriege. Irgendwie habe ich das Gefühl, stehe ich voll auf dem Bürgersteig. Und noch so ein bisschen. Danke. Danke schön. 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 Rote Ampeln kann ich jetzt wirklich nicht brauchen. Also, hör mal. Blöde Ampel. Hallo. Ampel. Liebe nette Ampel. Ey, du Drecksvieh. Ich habe die ersten Bugs, äh die ersten Ladefehler. Weiße Menschen. Huch. Was war das denn? Blöde Ampel. Jawel. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt geht es los mit den Rona-Ampeln. Yippie. Bei grün bleibe ich stehen und fahre nicht. Wenn meine CPU das dann zulässt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin jetzt schon weiße Menschen beim Ansteigen. Das Spiel gleich abschmiert. Ich kriege auch durchsichtige Autos. Cool. Nicht so cool wie ich hier gerade jetzt angehalten bin. So sehe ich die Appel. Wie ist der Haltestelle? Talstraße. Hm. Ah, grün. Ich habe das Gefühl, meine Physik-Engine ist ein bisschen abgeschmiert. Laufende Köpfe. Hallo. Laufende Köpfe. 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 Alle Linien in den Oberhof. Die Einfahrt haben sie auch geändert. Die Vorbereiter. Alter, hier kommt man ja gar nicht mehr so richtig schön schnittig rum. Da nimmt man ja echt überall einen Bordsteig mit. Der Wofar ist ja lange nicht mehr. So. Oh, wie schön, da vorne fehlt mir eine Kachel, aber da fahre ich dran vorbei. Das passt ja. Was auch immer sich da drin gerade bewegt. In der Kachel. Ich würde sagen, das Spiel ist gerade kurz vorm Crashen. So, wie man hier sieht, hier haben sie auch einiges gemacht. Hier gibt es nämlich nur zwei Streifen vorne, die anderen haben sie dicht gemacht. So. Hoppala. Hier die Baustelle ist immer noch. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Trotz dieser Strapazen. Ähm. Ja. Ich sag dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Okay. Euer Killer Daddy. Ciao.